Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial-Video. Wir sind hier in Florenz und bei der Glyphe, ich bin der Tod geworden, der Weltenzerstörer. Diese Glyphe ist gar nicht mal allzu einfach, deswegen erkläre ich euch gleich, wie ihr sie lösen könnt. Hier seht ihr die Position auf der Karte und daraufhin steigen wir auch direkt in das Glyphen-Rätsel hinein. Insgesamt geht es hier darum, dass ihr vor allem wieder ein Zahlen-Rätsel löst. Und ihr habt einen Beginn angegeben, das seht ihr auch gleich. Und ihr seht es nämlich links, die 9 ist also das Dreieck. Das heißt, ihr dreht erstmal das Dreieck auf die 9 und dann wisst ihr, wie ihr weitermachen müsst. Von der Logik her gibt das hier relativ wenig Sinn. Wie ich es gelöst habe, war folgendermaßen. Ich bin da durchgegangen, habe mich immer weitergeklickt. Ihr seht, jetzt bin ich beim Kreis und beim Viereck. Und wenn ich dann weiterklicke, müsste das ja theoretisch die 5 sein, damit das in der richtigen Reihenfolge weitergeht. Und das klappt hier in diesem Rätsel sehr, sehr gut. Das gleiche machen wir für die 2, wo wir jetzt einfach dahin klicken zu den 2 Dreiecken mit der Schräge. Und wenn wir dann noch einen weiterklicken, werdet ihr dann gleich sehen, sind wir beim Kreis. Und das ist dann letztlich das, was die 2 an dieser Stelle ist. Ja, viel mehr müsst ihr auch gar nicht machen. Und dann habt ihr dieses Rätsel gelöst. Falls es euch geholfen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.